Wie gut kannten Sie denn den verstorbenen Herrn Leitmeier? Naja, wir haben ein Bier zusammen getrunken, aber viel Kontakt hatten wir nicht. Naja, bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nichts. Die Spätfilme sind erst nach Mitternacht zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht zufällig Ihnen, oder? Das? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach, wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immerhin meine beste Freundin und ich habe dir... Ja, den Verlobten ausgespannt, den du in vier Stunden heiratest. Und dreieinhalb. Ich weiß, ich bin ein Schwein. Kannst du mir irgendwann wirklich verzeihen? Ich bin ein Schatz. 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 Bis zum nächsten Mal.